So sieht es aus, wenn eine Weltpremiere auf dem Programm steht und gefühlt jede und jeder aus Rübenach ins Kino geht und zwar aus gutem Grund. Denn ein Filmprojekt ist nach zehn Jahren realisiert worden. Mit Stubi und Sekt war man gespannt auf die Geschichte und die geht so. Diamante erzählt die unglaubliche Geschichte des Fußballers Rudi Varda. Varda galt Mitte der 1970er Jahre als Ausnahmetalent, kam jedoch nie über den Status eines Zweitligaspielers hinaus und verschwand 1982 nach zahlreichen Eskapaden. Nun hat Vardas Bruder Ferdi Platzwart in Rübenach bei Koblenz Hinweise erhalten, dass Rudi am anderen Ende der Welt in Brasilien unter dem Spitznamen Diamante die Fans begeistert und dort bis heute als Ballzauberer verehrt wird. Im Kino also Weltpremiere, die Stimmung riesig und die beiden Regisseure sichtlich bewegt. Ich bin immer froh, wenn ich hier vor so einem Publikum stehe, mit einem vollen Saal, irgendwie dann weiß ich, wofür ich Film noch mache. Ich kann mich dem Georg noch anschließen. Georg hatte die verrückte Idee zu dem Film und er hatte auch die Idee, dass es Rübenach wäre, weil er eigentlich einfach nur nicht das Ruhrgebiet wieder nochmal bespielen wollte und hat damit mit dem Finger auf der Landkarte das rausgesucht. Und ihr werdet gleich Teile sehen in dem Film, die spielen in Rio und da sprechen wir zwar auch von großem Kino, aber da waren wir zu dritt unterwegs, da hatte ich ein Mikro in der Hand, der Georg die Kamera und wir hatten noch einen Schauspieler. Und zu dem Zeitpunkt haben wir nur zwei Leute gehabt, die uns unterstützt haben, das war Manfred Keiling und der Thomas Beek, der dann auch im Film zu sehen sein wird. Das war vor neun Jahren, dass wir jetzt hier stehen und ihr sozusagen dankbar seid dafür, dass wir das auf die Leinwand bringen. Ich kann das nur umgekehrt sagen, wir sind so froh und dankbar, dass wir diesen Film machen konnten und zwar schon machen konnten, als wir noch gar kein Geld hatten. Da hat Rübenach schon mitgemacht, als hätten wir, wer weiß was, in petto. Und das war super, das war für uns ein großes Punkt. Zuvor war es aber wichtig, ein paar besondere Gäste zu begrüßen, was Michael Fröhlich dann auch gerne tat. Es ist ein besonderer Tag für uns, für Rübenach, für den FV Rübenach. Ein Kinofilm in Verbindung mit einem Fußballverein, der gibt es nicht so oft, von Bernhard in Koblenz. Insofern erstmal vielen Dank, dass ihr alle da seid, dass ihr euch dieses Ereignis richtig gegenpasst. Es ist ein besonderer Film, aber dazu kommen wir gleich noch. Erstmal herzlich willkommen alle, die jetzt hier sind. Besonders begrüßend an der Stelle ist immer wichtig auch die Ehrenvorsitzenden, weil ein Verein, der jetzt fast über 100 Jahre existiert, wird geprägt durch die Aktiven, aber auch durch die Ehrenamtlichen. Und das ist einmal der Georg Dötzsch. Ich muss mal grad gucken, Georg, wo sitzt der? Bei der Hand hoch. Mit 93, da kann man mal grad die Hand nehmen. Bei so großen Projekten ist es einfach notwendig, dass es Menschen gibt, die daran glauben. Ja, geglaubt schon. Allerdings muss ich sagen, als ich den ersten Anruf hatte und mir gesagt wurde, in Rübenach wird in Führung gedreht, da dachte ich, hier ist hier jemand aufgesessen, guck mal ins Internet, ob da auch alles stimmt. Und bei einem solchen Projekt ist auch die Bürgermeisterin nah dran. Aus gutem Grund. Heute natürlich nicht nur als Bürgermeisterin der Stadt, sondern auch als Rübenacherin und als Familie mehr als Verbundene mit dem FV Rheingold Rübenach. Von daher herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Mich freut natürlich riesig, dass dieses Projekt jetzt wirklich nach zehn Jahren Realität wird. Und ich denke, wer weiß, wie viel Leidenschaft so viele Menschen daran gearbeitet haben, der weiß auch, was das dem Verein bedeutet. Und Michael, du hast eben schon gesagt, das ist schon wirklich was ganz Besonderes, wenn solch ein Verein wie der FV Rheingold Rübenach, der natürlich im Stadtteil eine Riesenbedeutung hat, der riesen viele Mitglieder hat. Aber wenn der wirklich einen Kinofilm hat, dann hat sonst vielleicht mal ja irgendeiner von den Erstligisten oder Champions-League-Spielern. Von daher, selbst die häufig nicht genau, aber von daher einfach ganz toll, dass das so ist. Ja, und dann galt es natürlich noch, Danke zu sagen. Danke erstmal an alle Sponsoren, die uns heute Abend finanziell unterstützt haben. Aber auch einen besonderen Dank an Dirk. Jetzt Dirk, ich mach grad gucken, wo bist du? Da hinten, ganz klein, bitte. Jetzt darf ich trotzdem mal nach vorne bitten, wenn du das jetzt mit Sicherheit wie liebst. Wir brauchen das unbedingt fürs Foto. Das brauchen wir nicht. Also, der Dirk ist ja jemand, wenn man verrückte Ideen hat, dann toppt er die nochmal mit verrückteren Ideen und Vorschlägen. Und dann hast du ihm gesagt, Dirk, das ist so ein toller Film, und da ist noch eine Szene drin, wo der Edeka-Markt besonders in Szene gesetzt wird. Da fährt er auf Bad und sagt, okay, ich bin dabei, ich überspüße das. Insofern... Kommt ihr jetzt einen Applaus, würde ich sagen. Vielen Dank, Dirk. Wie ist das für die schöne Abend? Wie gestern Abend unser Spiel, wo wir nach 10 Minuten 2-0 vorne, nach 25 Minuten 2-2 hinten oder 3-2, also zur Halbzeit 3-2 hinten gelegen haben und dann zum Glück noch 5-2 gewonnen haben. Ähm... Haben wir 5-3 gewonnen? Okay. Ich war schon dabei. Okay, haben wir 5-3 gewonnen, zum Glück. Ähm, ich bin gerne oft auf dem Fußballplatz und ähm, Dinge, die ich in Rübenach tue, tue ich leider. Oder ich muss ja auch in Meta nicht immer tun. Ja, natürlich bin ich nicht so gerne, aber egal. Aber ich habe eine große Mission und wer mich länger verfolgt, weiß das. In zwei... Herbert Hennis sitzt auch hier vorne. In zwei Jahren wird unser schönes Dörfchen Rübenach 1250 Jahre alt. Und im Grunde auch das hier ist wieder mal so ein kleiner Meilenstein für unsere Dorfgeschichte. Und wir haben nur ein einziges Mal eine Chance, so ein Kino-Event zu erleben. Und auch eine 1250-Jahr-Feier. Jeder, der hier im Raum sitzt, die Ulrike Mors wird es bestätigen können. Du hast nur einmal in deinem Leben eine Chance, so eine Party schmeißen zu können. Und unser Ortsvorsteher sitzt hier vorne und war ja letzte Woche auf dem Treffen gewesen. Thomas, ist das dein Job, wenn du wieder gewählt werden willst? Wir müssen diese Party machen. Wie andersrum. Ja, der muss wieder gewählt werden. Ja, aber ich freue mich mit euch zusammen. Heute ist so die Kick-Off-Veranstaltung für 1250 Jahre Rübenach. Und in zwei Jahren im Sommer, die Erstgespräche laufen jetzt. Und ich habe auch dafür wieder ganz bekloppte, schlimme Ideen. Und die meisten, mit denen ich schon Vorgespräche geführt habe, die sagen, der ist bescheuert. Aber wir machen das. Ich bin sehr positiv. Das ist gut. Das ist eine politische Sendung, aber beim Thomas Roos bin ich sicher, der wird wieder gewählt, weil einen besseren Ortsvorsteher können wir nicht haben. Tja, und dann ging es los mit der Weltpremiere. Diamante, Fußballgott, Rübenach, forever.